Ah. Bitte. Ah. Junge. Jo, Freunde. Was geht ab? Was geht? Willkommen zu einer neuen Challenge. Und heute gibt es was ganz besonderes, nämlich Latte oder Bestrafung. Bam. Ihr seht, wir haben schon ein paar Sachen hier am Start. Peperoni, Baseballschläger und noch zwei, drei andere Sachen. Es gibt auch andere Bestrafungen, denn es funktioniert ganz einfach. Selbst die Dünns unter euch müssen es verstehen. Wenn die Latte nicht trifft, kriegt ihr eine Bestrafung. Lass ein Like da. Ein Like gleich eine Peperoni für Holzi. Und schreib schon mal neue Bestrafungen in die Kommentare. Dann können wir die nächste Challenge direkt auch nochmal abreden. Fünf Durchgänge im Latten schießen. Jeder Durchgang hat eine andere Bestrafung. Fünf Likes dafür. Die man direkt kriegt. Direkt. Gib mir fünf. Gib mir fünf. Also fangen wir direkt an. Wer zuerst schießen muss. Ja. Er ist ein Mann. Oh. 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 Ja. Holzi muss anfangen. Let go. Es geht. Oh, den Gürtel. Oh. Oh. Oh oh. Oh. Oh, das heißt direkt Gürtelschlag. Oh. Oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ich hab Schiss, Alter. Es ist so schon arschkalt, weil wenn ich dann noch ein Gürtel auf Arsch kriege. Diese gut, diese, diese. Oh, ja. Komm schon. Das war richtig eng. Komm, Lukas, muss man. Er zieht wirklich hier so rein. Voll unten, richtig unten. Oh, das war einfach nicht mein Gött, Alter. Na, ich will dir nur sagen. Ey, hoch ab, Junge, hol den Ball. Ich darf jetzt niemals daneben schießen. Kann man doch nur mit links schießen. Du kannst gar nicht schießen, meinst du, Bruder. Was ist das überhaupt mit dem Bini da von 2014, Bruder? Bruder, nicht dieser Psychopath, Alter. Du bist nie ein Bruder für mich. Guck mal, was da war, Alter. Du wirst daneben schießen. Du wirst daneben schießen. Ja, ist mir egal. Du wirst daneben schießen. Die zweite Bestrafung ist die Bucky. Bei der Kälte schwöre ich sie durch. Okay. Volle Kraft. Guck mal, wie der drüber schießt schon wieder. Fällig unter Druck. Denk dran, denk. Der hat schon gut gezwiebeln, Bruder. Triff lieber die Latte. Ja, mach ich schon. Ich treffe in der Zeit. Oh mein Gott. Unter Druck haben wir keine Latte. Wie war das eben, Bruder? Ja, okay. Boi aus! Uuuuhhhh! Er geht doch. Ruih, bitte! Ohhhhhhhh! Ahhhhhh! Guck mal, er geht richtig auf Nummer sich. Richtiger Redneck! Guck mal, genau dieser Meter wird ihr gleich fehlen! Genau zu kurz jetzt. Und zu kurz. Oh mein Gott! Keine Wacke für mich. Der Junge kann echt unter Druck. Unter Druck, Bruder. Unter Druck, einfach. Ich geh mir trotzdem an. Okay, okay. Psycho. Jetzt gibt's die Peperoni im Durchgang Nummer 3. Ich schwöre, das ist das Härteste, Alter. Ich sag's euch. Mal sehen, ob das ein One-Hit-Wonder war oder ob der das kann, Junge. Oh nein. Nimm die doch einfach direkt. Triffst du eh nicht. Ja! Oh mein Gott. Unter damit. Komm, schluck. Oder hier in seine Maulwuff-Dings. Was ist das für ein Ritual, Alter? Alter, richtig. Glurak, Alter. Boah, Junge. Boah, Junge, was ist das denn, Alter? Boah, dein Kopf ist richtig rot geworden, was ist das? Nee, sag an, ich hab eine Papone gefressen. Junge. Ich rate euch, treff lieber bei dem Durchgang. Ja, ja, ja. Wenn der Holzi mir sagt, ich soll treffen, dann treff ich natürlich. Oh, treff das. Alles für den Holzi, komm. Mach so Auge, Alter. Ja. Ja. Du nimmst die rote. Ich hab tatsächlich eine rote eingepackt. Die nimmst du. Komm in den Club der Peperonis. Der scharfen, Leute. Ja. Ja? Ja, ja, ja. It's kicking in, man. Oh, Junge. Ich bin nicht der Einzige, ey. So schlimm, Freunde. Guck mal, die Augen, der weint gleich, Alter, der weint. Das Schlimmste überhaupt. Boah, komm, ich kann nicht mehr. Wenn du jetzt nicht kniffst, darfst du sogar beide haben. Da sind nur zwei drin. Wenn ich schleppe, dann muss ich keine essen, aber du musst eine essen. Nein, nein, nein. Wieso soll ich das eingehen? Wieso soll ich das eingehen? Dann muss ich beide essen. Ich geh das ein. Gehst du das lieber ein? Wenn du nicht triffst, musst du beide essen. Okay. Und wenn du triffst, esse ich die andere noch. Ja. Deal, Alter. Der soll zwei essen, Alter. Die Wahrscheinlichkeit ist niedrig, dass er wird. Bitte. Komm, Bruder. Bitte. Ja. 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 Danke. Es gibt noch einen YouTube-Gott. Und die kannst du direkt beide auf einmal jetzt essen. Zeig mal. Ja. Ja. Das wollen wir jetzt sehen. Los, rein da. Ja, rein damit. Mmmmm. Ja, oh. Einfach ein bisschen kauen. Genießt. Oh. Die Freude war ein bisschen. Oh. Schreib dir auch den Bau. Dann geht das besser. Ich schwöre, ich gucke gar nicht alle. Oh, das brennt so scharfe. Nee, echt? Ich dachte, das ist relativ mild. Boah. Ich schwöre, ich krieg durch falsch. Ich kann ja gute Arme. Ich kann ja gute Arme. Ich kann ja gute Arme. Jetzt geht's um Arschbolzen. Oh Gott. Der Hintern ist wieder dran. Endlich schon mal eine Latte treffen. Ich halte heute Morgen meine letzte. Ich hab echt Bock. Shotgun, nein. Mein Arsch gehört dir. Dein Arsch. Mein Arsch gehört dir. Sag das einem nicht so laut. Du hast noch keine Latte getroffen, du. Ich zwar auch nicht, aber... Oh, nein. Super sauber. Das darfst du nicht hören. Ha. Oh mein Gott. Ja. Schön in den Boden getreten da. Ja. Du hast doch schon gejinxt. Der gehört mir. Meins. Lasst jetzt drei Trillionen Likes dafür die nächste Episode. Latte oder Bestrafung mit weiteren Bestrafungen, die ihr in die Kommentare schreibt. Okay, sie hat's nicht gepackt. Dann muss ich wohl den Maulwurf hintern übernehmen. Ja. Auf geht's zur nächsten Challenge jetzt, oder? Nein. Nein, nein, nein. Du musst doch ein. Was? Hallo. Ich will dein Arsch. Ja. 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 Neftscher! Ja. Und in den Rücken. Da ist die Landenwirbelsäule im Arsch. Dann ist er ein bisschen erweitert. Komm, wuss maul. Mein Arsch bleibt so, wie er ist. Egal, ob du hier bist oder nicht. Der Basy. Das schlimmste. Uh, uh, uh. Wo geht der hin gleich? Auf den Bauch sogar. Ich hoffe, dass ich jetzt einmal wenigstens die Latte treffe. Ich will nicht diesen Basie, Alter. Lass ein Auge da, damit er nicht trifft. Ja! Ja! So krass! Spann an, spann gut an. Ich hole die Peperoni wieder raus. Oh mein Gott! Das hat übertrieben wehgetan, Alter. Wenn du jetzt nicht triffst, dann ist es vorbei mit deinem Leben. Kuckuck! Das war's! Hör mal auf, Alter! Hör mal auf! Hör mal auf! Komm, hau mal das auf! Ich bin Baseballspieler, Bruder. Der trifft schon, Bruder. Nein, ich bin Baseball. Ah! 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 Uh! Warte ab, Lars. Ich höre bei dir. Ja, das habe ich damit zu tun! Der ist der beste Schläger, Alter. Warte ab, Lars! Der hat sich geschlagen. Kannst du das sehen? Jetzt letzter zu sein ist das Schlimmste, was je passiert ist. Ah, nein, nein. Dieser Druck hier gerade in der Birne. Das ist schon ein sehr wichtiger Shot in meiner Karriere. Deswegen darf ich den nicht mehr servieren, Leute. Ich mache sie direkt durch. Guck auf! Ja! Jawoll! Ah, Leute! Warum machen wir sowas? Warum? Ja? Bist du bereit? Ich bin bereit! Für die Klicks! Für die Klicks! Oh! Oh mein Gott! Esche! Oh mein Gott! Die Pepperoni kommt raus! Und dieser Schmuck! Pepperoni ist noch dabei! Das Schlüsse ist, du hast Bauchschmerzen bei den Pepperonis. Von außen, von innen weh! Alles tut jetzt weh! Wir haben fast nichts getroffen, Leute! Warum? Warum? Sonst sind wir doch besser! Das war einfach zu viel Druck! Nein, auf gar keinen Fall sind wir sonst besser! Lasst ein Like da für Latte oder Bestrafung! Bei einer Milliarde, zig Trillionen Likes kommt nächste Part! Schreibt jetzt hier die Bestrafung in die Kommentare, wisst ihr Bescheid! Und lasst ein Abo da! Schreibt! Schreibt!